Kronkorken Hallo, heute zeigen wir euch, wie man aus Kronkorken coole Magneten machen kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Ihr braucht Kronkorken, Magnete, Acrylfarben, Pinsel, zwei Komponentenkleber und als letztes Dekopapier. Als erstes bemalt ihr die Kronkorken innen und außen mit der Farbe. Dann lasst ihr sie trocknen. Bei Bedarf könnt ihr sie noch ein zweites Mal anmalen. Nun kleben wir die Magneten an die Rückseite an. Dann können wir die Magneten von innen verzieren, zum Beispiel mit Dekopapier. Wir hoffen, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachmachen! Kronkorken an Untertitelung des ZDF für funk, 2017